Und jetzt kommen noch mehr, aber ich habe etwas dagegen. Mächte der Wildnis erscheint! I слова Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Brutal Legends. Wir sind jetzt hier bei der Spinnenkönigin Und werden auch diesen Quest sofort anfangen. Und zwar jetzt. Ach, naja, ein bisschen widerlich ist das schon. Aber zum Glück sind die nicht haarig, sondern eher aus Metall. Wie hier alles. Ja. Das ist so widerlich. Moment, aus diesem... Da kommt doch was raus. Oder auch nicht. Das ist alles ruhig. Das wird hier nichts sein. Hm. Was war das? Okay, hier ist noch nichts. Da. Da hängt's. Da sind sie. Aua. Wow, wow, wow. Aua. Wow. Da ist sie. Oh, das ist so schwer hier. Ah, geh weg. Oh, die kann man ablaufen. Wurde ich gar nicht. Haha. Gut. Das waren die ersten. Ja, genau diese kleinen Bieste meine ich. Komisch. Ich meinte zwar kleine Bieste, aber irgendwie war hier nichts. Komisch. Echt komisch. Egal. Oh. Na, so nicht. Aua, 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 aua. Ah. Und flieg, Spinnlein. Flieg. So nicht. Ich hasse Spinnen. Ich meine, ihr hasst doch dich ja auch Spinnen. Genau. Oh, ha, 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 ha. Hä. Komisch. Also, irgendwie ist das ein bisschen buggy. Normalerweise kommen da nämlich ganz kleine Spinnen raus. Oh, oh. Was, 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 was? Oh, ausgewichen. Ha, 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 ha. Boah, das sind viele. Das sind viele. Das sind sehr viele. Hausleid. Ja. Oh, zack. Aua. So. Puh. Ab nach unten. Gut. Weiter, 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 weiter. Das sind große Seiden. Das ist eine große Spinnen. Okay, I would ask nicely for some of your giant face strings, but you don't strike me as the negotiating type, so out of personal respects, I'll just get right to the ass kicking. Ha, 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 ha. Rocket stars. Aua. Oh, ho, 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 ho. Ah. Ausgewichen. So. Hab ich dich. Ti, ti. Und, ja. Ti, ti, ti. Ti, 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 ti. Und, zack. Oh. Geh ja weg. Geh ja weg. Ah, da hängt sie erstmal Okay, ich hab soeben Gänse aufbekommen Die haben mich mit dem Ding und etwas geändert Das sieht ja jetzt viel spinnärftiger aus Als damals Damals sah es wirklich aus, als wäre es auch immer eine Maschine Die wie eine Spinne aussah Aber nicht wie eine echte Spinne Das ist ja widerlich Fehler Fehler, oh, die, die meine ich, genau die Aus dem Weg Okay Nicht da Also immer wenn die so rumhängt Dann Hältst nicht mehr viel aus, Kleine Und jetzt kommen noch mehr Aber Ich habe etwas dagegen Mächte der Wildnis Erscheint Oha Oh Yeah Oh, da ist es sogar Interessant Oh So Und jetzt seid ihr schön vorsichtig Nicht angreifen Aus Böse Lass sie in Ruhe Ah Los, Angriff Yes Sehr schön That took way too much time If I'm gonna get these to the Killmaster in time I'm gonna have to book Und es ist schnell Und wir müssen uns auch beeilen Wir haben nämlich nur anderthalb Minuten Das ist verdammt schnell Raus hier Okay Die Seiten sind auf jeden Fall dick Wenn das nicht dick genug ist, dann weiß ich auch nicht Damit kommt es doch gar nicht auf die Sankt Die Dicke der Seiten Schön vorbei Aua Schön vorbei hier 50 Sekunden Das krieg ich mal hin Oh nein Da lag ich jetzt Das schaffen wir Das schaffen wir Locker Das sind sie schon Yes Brüte aller Sieg Nice Thick as a baby's arm Lars I can always count on you, can't I? You know, we could really use guys like you and your men in our band I mean, army I ain't much of a joiner, but I'll do anything if it pisses off Lion White Drag your wounded up here before they die, and I'll heal them all Alright, come see us in Bladehenge sometime Got some new T-shirts coming in, I'll totally hook you up Dick, wie ein Babyarm Redet ihr jetzt mit mir? What's up? See you guys just chillin? What is that beer? Got any more? Hey, did you see a girl hiding up in that alcove? Mann Du Killmaster Hey What's up? See you guys just chillin? Er will auch nicht reden What is that beer? Got any more? Dammit Es fehlt Metal Das haben wir jetzt auch wieder So, mal überlegen Wir können jetzt erstmal wieder ein bisschen auf Drachenjagd gehen Ja, ich glaub, das tun wir Dafür nehmen wir eine ganz einfache Abkürzung Und zwar Geradeaus Schweigt, Erdgebundene Warum steht da ein? Oh, ja Wir sind einfach hier Ähm Weg Gab es Weiß ich was Nein, kein Minispiel Sondern etwas zu ohne Was ist das hier? Ähm So zu sein Na gut Ich weiß, wo es noch was gibt Und zwar Einmal da gibt es ja Bist du anziehen Wo ist das? Weil ich da ist Ähm Verdammt Oh Achtung Rückkoppelung Oder auch nicht Von wegen Da ist sie Oh Das sah komisch aus Ops Äh Gut Gut zu wissen Dann holen wir uns jetzt den Drachen, der dort hinten ist Ja Dort hinten ist ein Drache Genau hier Gut Gut Äh Warten Hier kann man nicht weit gehen Oh oh Rückkoppelung Jep Das sind alles Boxen Und es gibt wieder eine Rückkoppelung ooooooh Okay Die waren nicht stark Also hier ist nichts mehr Gut Ähm Wo können wir denn jetzt bleiben? Ah Genau Wow Wow Einen Auffernen Könnt ihr nicht nicht schwimmen Warum auch immer Ich zeig euch jetzt noch einen Lachen Okay immer in echten Drachen sehen und zwar hier, pass auf, es geht nämlich hier, wenn man den Schrank runterfährt und dann hier durchgeht, zwischen den Klippen entlang, immer weiter und immer weiter, dann können wir dann irgendwann hier hin, eine Drachen, yeah, so, ah, Moment schon, nein, 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 hier war noch nichts, jetzt gehen wir zu dem Strand, Strand, da gibt es auch wieder einige Drachen zu kommen, und zwar haben wir einen hier hinten, ist er, und ja, ich weiß zwar nicht, wo ich gerade langfahre, aber irgendwie konnte ich mich daran orientieren, wie wir gerade in diesem Land sind, weg, entlang flog, echt, und ich als Schlagzeuger liebe diese Pflanzen, boah, naja, die machen auf jeden Fall immer so, mpa, das sind Wecken, die sind wahrscheinlich hinten, ja, nein, hier war meistens auch noch etwas, nein, die sind da, genau, du wirst mein Metal-Eats sein, eins, 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 und was ist es? Und hier ist übrigens ein Party, beziehungsweise ein Party. Oh, da habe ich mir, dass es hier noch etwas gibt, aber hier gab es, glaube ich, auch hier hinten, oder? Vielleicht nicht. Oh, okay, okay, hier geht's noch dann. Stopping! Ach, nö, oder? Gut, Leute, ich verabschiede mich hier erstmal und sage damit, hau'n so, Leute. Bis zur nächsten Folge und dann machen wir den Strand unsicher. Du bist doch so bescheuert, jetzt mal ganz ehrlich.